Wir machen den Anfang der Sendung nochmal, aber rückwärts und spielen Ihnen den dann gleich vorwärts vor. Dass Sie mal sehen, wie das funktioniert. Also, das heißt, ich beginne die Sendung jetzt hier nochmal. Der Thorsten, der liest den Text nochmal vor, und zwar aber rückwärts jetzt, damit wir vorwärts abspielen. Wenn wir vorwärts abspielen, Thorsten, muss der Text ja dann auch vorwärts klingen. Das heißt, rückwärts heißt es, können Sie das sehen, Bar-Nafetsch-Rebek-Zak-Ri-Tmok-Ri-Nu. Und hier kommt Ihr Gastgeber, Stefan Raab, wer ist da rückwärts? Also, Bar-Nafetsch-Rebek-Zak-Ri-Tmok-Ri-Nu. Können Sie einmal vorlesen? Bar-Nafetsch-Rebek-Zak-Ri-Tmok-Ri-Nu. Ja, genau. Sie müssen am Ende, wenn Sie das rückwärts vorlesen, müssen Sie zum Ende hin ein bisschen lauter werden, betonen. Also, wenn Sie zum Beispiel Nafetsch sagen, sagen Sie nicht Nafetsch, sondern Nafetsch. Ja, Stefan. Nafetsch. Verstehen Sie? Nafetsch. Ja, genau, 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 genau so. Ja, wichtig, deutlich sprechen. Unsere Band versucht auch gleich rückwärts zu spielen. Ich versuche, ich versuche rückwärts darauf zu rutschen. Warte, ich muss auch noch meinen Satz noch mal lernen. Ich muss meinen Satz noch mal lernen. Hier ist in der grottene Barie. Okay, aber Sie müssen zuerst, Moment, nee, zuerst muss ich. Genau, wenn ich oben bin, dann kommen Sie mit Drast, jetzt, oh, schnatsch, jetzt. So, okay, dann fangen wir jetzt mal an. Also, ich tue jetzt so, als wäre ich hier, die Musik ist aus, ne? Die Musik ist aus, genau. Und dann sag ich, Moment, sag ich, äh, sag ich, tia, seh, en ja, köt ne, ba, rief. Ola! Wie Jetzt bin ich gespannt Das ist jetzt ein experiment wir haben es vorher nicht probiert aber jetzt müssten wir mal jetzt bin ich gespannt haben sie glaube ich gut gemacht oder Meinen sie ja nehmen sie ruhig platz erst mal und jetzt setze ich mich wieder hin und dann schauen wir uns in ruhe mal schauen wir uns in ruhe mal zusammen an Wie das was wir gerade sozusagen rückwärts gespielt haben vorwärts gespielt aussieht ich bin mal sehr gespannt Achtung Ich bin Hallo Großartig Thorsten Es war alles zu verstehen oder? Das müssen wir machen mal eine komplette Sendung rückwärts Ja und zeigen die dann am nächsten Tag vorwärts Das wäre mal super oder?